Mein Name ist Matteo Centeno, ich bin 21 Jahre alt und ich studiere Physik an der Universität Jena im dritten Fachsemester. Als ich im letzten Schuljahr war in Bolivien, konnte ich an den Schnuppelstudien an der Universität teilnehmen. Es hat mir sehr gut gefallen. Jena gefällt mir sehr gut. Ich habe viele interessante Menschen kennengelernt hier, sowohl auf dem Campus als auch außerhalb der Universität. Insbesondere finde ich auch den Paradiespark sehr schön. Als ich davon informiert wurde, dass ich den Preis bekommen werde, habe ich mich super gefreut. Ich habe sofort meine Schwestern gerufen, meine Familie, sie haben sich auch sehr gefreut. Es ist eine Erkennung dafür, dass ich gute Studienleistungen gebracht habe. Es bedeutet auch für mich eine Förderung, damit ich mich weiter interkulturell und gesellschaftlich engagiere. Bei unserer internationalen Gruppe organisieren wir normalerweise viele Filmabende, Kochabende, auch manchmal auch Spielabende, damit sich die unterschiedlichen Studentinnen und Studenten hier in Jena gut integrieren können. Einen konkreten Plan für das gesamte Geld habe ich noch nicht vor, aber ich würde gerne einen Teil davon an Organisationen weitergeben, die verfolgte Christen weltweit unterstützen, also in Ländern, wo es leider keine Meinungs- oder Glaubensfreiheit gibt.